Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Ein Familienbetrieb im besten Sinne ist das Hotel-Restaurant Berghof in Berghausen. Seit Generationen in der Gastronomie zu Hause betreiben die Familie Ries und Brot den Berghof mit viel Herz und viel Verstand. Das heute prächtige Anwesen lässt nicht vermuten, dass die Anfänge einst ganz klein waren. Das war ein Bauernhof, der wurde zu Verkauf angeboten und mein Vater hat ihn dann gekauft damals. Der ist aber jetzt leider schon seit sieben Jahren verstorben und der hat dann nach und nach daraus Gastronomie gemacht. Erst nur Gaststätten mit kleinen Speisen und nach und nach ein paar Fremdenzimmern. Und das wurde halt immer dann größer umangebaut und bis zum heutigen Tag halt jetzt. In Seiten des Internets empfängt die 300 Seelengemeinde Besucher aus der ganzen Welt. Guten Tag! Hallo! Guten Tag! Frau González, mein Name. Frau González! Ja, habe ich Zimmer Nummer 66 für Sie. Dankeschön. Dankeschön. Aber auch die Region findet sich im Berghof gerne zum gepflegten Speisen ein. Wir haben sonntags sehr viel Mittagessen. Wir haben noch eine Menükarte mit einer Tagessuppe vorweg dann sonntags und bieten dann auch traditionelle Gerichte an. Bei uns gibt es dann noch Tabelspitz mit Wirsinggemüse und Meretischsoße. Als stetig gewachsenes Familienunternehmen wird großer Wert auf sorgfältigen und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Produkten gelegt. Regionale Zutaten sind auch in der Küche die eindeutigen Favoriten. Wir haben also viel Wildgerichte, auch von den, also es ist überwiegend von heimischen Produkten halt. Die Jäger kehren bei uns ein. Wir haben jetzt viel Getreide aus den Bio-Anbaugebieten hier aus Berghausen. Wir haben vegetarische und vegane Küche. Dann haben wir viel auf die Saison auch, legen wir Wert. Also wenn Spargel ist oder die Kürbiszeit oder sonstige Sachen, nehmen wir alles dann im Programm auf. Sommermenüs mit leichter Küche. Wir haben Fischgerichte, also es ist das ganze Programm halt eben. Wir wissen es, Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Zum Rundumwohlfühlen braucht es aber dennoch ein bisschen mehr. Zum Beispiel einen wunderschönen Wellnessbereich mit einmaligem Ausblick. Da haben wir so ein schönes Arrangement für Verliebte. Da gibt es dann einen Candlelight Dinner und eben noch ein romantisches Bad zu zweit. Genau, mit einem schönen Turmzimmer dazu zum Schlafen und Frühstückspuffet am Morgen. Und dann haben wir eben noch Massagen. Ich habe noch eine Kollegin, die bietet klassische Massagen an, dann ich mit meinen Klangmassagen. Und dann habe ich noch eine Kollegin, die Shiatsu anbietet. Insgesamt stehen 70 Betten zur Verfügung in ganz individuell gestalteten Zimmern. Stilvolle Themenzimmer machen den Aufenthalt zu einem echten Erlebnis. Das Angebot kompletieren großzügige Räumlichkeiten für viele Gelegenheiten. Wir haben einen Tagungsraum. Wir haben einmal hier hinten dann unseren großen Saal. Der ist gerne genutzt für Feiern, für Familienfeiern, Konfirmationen. Dann haben wir hier unseren Wintergarten. Der ist schön lichtdurchflutet. Und nebenan, das ist der blaue Saal. Der wird sehr gerne als Tanzsaal dann noch dazu gebucht. Ist auch unser Frühstücksraum. Je nachdem, wie groß eine Feier ist, kombinieren wir auch Räume. Und dann haben wir noch unser Restaurant. Das ist dann ein bisschen rustikaler eingerichtet mit Jägerecke. Und dann haben wir eben hier hinten noch unsere Sonnenterrasse. Der Berghof bietet die perfekte Ruheoase nach spannenden Ausflügen. Neben der nahen Umgebung locken quirlige Metropolen mit ebenfalls kurzen Anfahrtswegen. Es ist nicht weit bis zu den Zentralen. Man ist in einer halben Stunde, 20 Minuten am Rhein, Lahn, Frankfurt und in Metropolen halt eben. Limburg, Dietz, ist alles nicht weit weg, Koblenz. So gerne sich die Familie um die Gäste kümmert, so entspannt kann sie sich aber auch selbst mal Urlaub gönnen. Und dann wird der analytische Fachverstand am liebsten einfach abgeschaltet. Das ist dann so, jetzt habe ich Urlaub und dann gucke ich auch, ach so machen die das. Das ist ja auch eine schöne Idee oder das wäre doch auch nett für unsere Gäste. Und so bringt dann jeder aus dem Urlaub immer was mit nach Hause, wo er sagt, guck mal, das haben die so gemacht, das fand ich total toll. Und sei es jetzt einfach nur ein kleines Schild, auf dem steht, schön, dass sie da sind. Im Hotelrestaurant Berghof sind die guten Tugenden der klassischen Gastwirtschaft lebendig. Im Mittelpunkt steht der Gast. Gemütliche Zimmer und leckere Speisen und Getränke werden geboten. Es herrschen Offenheit und Toleranz im Haus. Respekt für die Mitarbeiter. Kurz gesagt, die perfekte Atmosphäre, um sich als Gast wie im Paradies zu fühlen. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Foam im Rhein-Lahn-Kreis.